Drei Bosse, drei Quests stehen zwischen uns und dem Finale dieser Serie und wir sind wieder zurück in BetterCraft. Herzlich willkommen Leute, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und wir machen genau da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir sind nämlich hier in der Other Side. Es sieht sehr uneinladend aus, sagen wir es mal so freundlich wie es nur möglich ist. Wir haben hier die Quest fertig gemacht, Enter the Other Side und da kriegen wir hier eine Ancient Vase. Was wir damit jetzt machen können, ich habe keine Ahnung, stellen wir die einfach mal hier hin. Habe ich die jetzt kaputt gemacht? Eine Ancient Vase hat uns, was hat die uns denn gegeben? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Hatten wir das schon im Inventar? Ja, unsere Quests, unsere To-Do-List ist einfach Kill a Shattered, Kill a Stalker und Kill a Shriek Worm. Die drei müssen wir finden, die geben uns auch nur noch EP, also wir kriegen da nichts mehr großartig. Und dann sind wir eigentlich mit den Quests sozusagen durch. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wie das Ganze aussieht. Als allererstes, nee, 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 wir sind smart. Oh, 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 ist das Wasser da unten oder was ist das? Ich hoffe mal, ist das Wasser. Ist das so ein Wurm? Das wäre es jetzt, wenn das jetzt einfach so normale Mobs wären, dann wäre das natürlich etwas, ja, ich hätte da jetzt schon ein paar Bosse erwartet. Also überall sind hier Phantoms. Jetzt schauen wir nochmal runter zu dem Wurm, vielleicht ist es ja schon der Wurm. Die waren ziemlich weit unten. Und ich will jetzt wissen, ob das Wasser ist oder Säure. Ist Wasser, ist Wasser, okay. Also immerhin schon mal keine Lava hier. So, da drüben sind diese komischen Würmer. Okay, also ich habe gerade einen, ich glaube, ich habe gerade einen erledigt. Und das war auf jeden Fall nicht die Quest. Das freut mich schon mal in gewisser Maße. Aber wir müssen jetzt einen Shattered finden und ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Also ich glaube, ich fliege jetzt ein bisschen rum so. Fünf Minuten, zehn Minuten, schaue, ob ich irgendwas Interessantes finde. Und ansonsten muss ich halt googeln, wie die aussehen, damit ich auch weiß, wonach ich suche. Okay, hier sind Bäume. Wir sind im Echoing Forest. Ich habe jetzt nachgeschaut, der Shattered, der sollte eigentlich auch in einem Echoing Forest spawnen. Aber dieser Echoing Forest ist ziemlich klein. Und ich sehe hier keinen Mob. Ich muss auf der Map schauen nach diesen dunkellilalen Zonen. Und dann, früher oder später, werde ich ihn mit Glück finden. Also zumindest wissen wir schon mal, wo der erste Mob ist, den wir suchen. Der ist in diesen Regionen mit den kleinen Bäumen, mit den lilanen. Okay, ich habe hier was. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist es. Keine Ahnung, ob das jetzt hier ein Boss ist oder so. Aber hier ist was. Mit einem großen Schwert. Und ein Pferd ist da auch noch. Ein Soul Reaper. Ach, der Soul Reaper, das ist ja der Gegner, den wir auch in der Hölle hatten. Also so viele Phantoms. Ist echt verrückt. Ist echt verrückt, ich sag's euch. Und das Fährt da? Das gehört doch zum Soul Reaper, oder? Oder greift es mich überhaupt an? Nightmare. Oh, man kann das zähmen. Ja gut, wir haben leider keinen Sattel dabei. Okay. Hier erinnert gerade wieder ein Forest rein. Vielleicht finden wir jetzt unseren Shattered, oder wie der heißt. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, this is her. Let's go. Let's go. We fight you. Hello, Mr. Shattered. Ach, der hat ja auch nur 50 HP. Okay. So schnell kann's gehen. Jetzt haben wir den Shattered. Wunderbar, wunderbar. Jetzt müssen wir einen Stalker finden. Jetzt muss ich erstmal wieder rausfinden, wie der aussieht und wo es den überhaupt gibt. Ich weiß aber, dass es irgendwie auch Strukturen gibt. Irgendein Tempel oder so. Aber ich habe noch keinen gesehen. Auf der Map halt auch nicht. Ja, ich muss mich jetzt erstmal nochmal neu informieren, was wir als nächstes suchen. Alles klar, Leute. Ich habe rausgefunden, dass einmal der Stalker. Stalker, der Stalker spawnt, wenn man diese Vasen zerbricht, die wir hier bekommen haben, diese Ancient Vase, hat er eine Chance zu spawnen. Und der Shriek Worm hat auch nur eine Chance zu spawnen, wenn man auf infested Boden hier, wenn der Boden infested ist, infested Skulk oder so, dann hat der Wurm eine Chance zu spawnen. Also würde ich jetzt sagen, ich fliege einfach weiter und suche so ein Tempel zum Beispiel. Da werden wahrscheinlich auch diese Vasen sein. Und wir sehen uns dann bei einem Tempel, I guess. Yo, ich habe auf jeden Fall irgendeine Struktur gefunden. Ich glaube, das ist keine. Aber hier sind Steine. Ja, das sieht's hoffentlich. Bitte. Bitte, please. Yes, hier sind Vasen. Oh, perfekt. Der Stalker ist da. Oh, der hat ein bisschen mehr Leben. Der hat ein bisschen mehr Leben. Aber unser Tri-Bow leistet hier unglaubliche Arbeit. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier direkt den Boss finden. Ah, wunderbar, unser Tri-Bow. Im Vergleich zum normalen Bogen. Schauen wir mal. Ah ja, der normale Bogen macht genauso viel Damage. Oh, ich hätte jetzt gedacht, dass der ein bisschen weniger Schaden macht. Der ist aber auch ein bisschen verwirrt, oder? So, wir haben den Stalker. Okay. Das war jetzt natürlich sehr glücklich. Diese ganz kleinen, das sind ja mini, diese Würmer. So. Haben wir jetzt alle. Ja, cool. Wir haben eine Vase kaputt gemacht. Wir waren nicht mal im Tempel drin. Und der ist gespawned. Jetzt gucken wir mal rein. Das ist doch safe so ein Tempel. Hier könnte der Warden spawnen. Weil die sind Shrieker. Und der Warden ist natürlich... Huch. Was war das? Ich weiß es nicht. Der Warden ist natürlich kein Spaß. Das wissen wir. Das wissen wir aus der letzten Folge. Okay, irgendwie werden die Shrieker aber nicht getriggert. Finde ich interessant. Durch das Video weiß ich, dass man hier nach unten kann. Das schauen wir uns auf jeden Fall auch an. Das hätte ich natürlich hier nie gefunden. Ja, die ganzen Sachen, die brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Hier sind Diamonds. Hier sind ganz viele Diamonds. Sehr geil. Hier sind noch mehr Diamonds. Ja, Diamonds. Wunderbar. Noch mehr Diamonds. Oh ja, wie viele Diamonds sind hier eigentlich? Die brauchen wir zwar auch nicht, aber... Hallo. Wir spielen Minecraft. Wir können nicht einfach Diamonds hier so rumliegen lassen. Recht mager. Außer halt jetzt hier Diamonds. Wir haben... Zwei und vier... Wieso sind hier so viele Diamonds überall? Was ist das denn? Gut, jetzt ist die Sache die. Ich muss... ...halt einfach rumlaufen auf dem Boden. Und hoffen, dass ich irgendwann diesen Wurm-Trigger... Ich laufe jetzt einfach. Ja, und währenddessen werde ich natürlich die ganze Zeit hier... ...von hunderten Phantoms angegriffen. Das ist natürlich jetzt kein... ...sehr schönes Erlebnis. Okay, also... ...Infested Skulk. Ich hoffe einfach, dass es irgendwann passiert. Und dann... ...werden wir ja alle sehen, wie es... ...wie es abläuft. Gegen den... ...letzten... ...Kampf, den wir hier haben. Nämlich gegen den Shriek Worm. Tausende Phantoms später. Leute, nehm ich auf. Ich nehm auf, ich nehm auf. Okay, wir haben... ...wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Wir haben den großen Wurm. Und der macht... Was macht er denn? Er hat... ...er hat einen Haufen... Okay, wait, 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 wait. Warum kriege ich so ein Damage? Er hat einen Haufen Leben. 550. Wir haben leider keine Lebensleiste. Aber wir haben ihn gefunden. Anscheinend sind wir über... ...so einen... ...Block gelaufen. Ja, unser Schwert macht gut Damage. Oh, der macht aber auch gut Damage. Oh, oh. Oh, die Brote. Ich hatte doch einen goldenen Apfel. Ja, wunderbar. Keine Chance hast du, du Wurm. Er müsste fast tot sein. Noch ein Schlag. Noch ein Schlag. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Andererseits. Ah, wunderbar. Und ich werde diesen Ort auf gar keinen Fall nochmal besuchen. Und ich werde ihn auf jeden Fall auch nicht vermissen. So, jetzt erstmal wieder raus hier und dann haben wir es geschafft. Okay, Portal ist in die Richtung. Der Other Side war wirklich das Schlimmste eigentlich von den Dimensionen her, weil dauerhaft Phantoms da waren und so. Aber wir haben es geschafft. Hier ist unser Dragon. Geh mal baden, Junge. Ja, sehr viele Phantoms. Aber hinbekommen, abgeschlossen. Wunderbar. Ich würde sagen, wir beenden die Folge genau hier und jetzt. Nächste Folge schauen wir uns vielleicht noch hier so ein paar Megastrukturen an. Und dann würde ich sagen, geht es wahrscheinlich wieder Richtung Cycraft. Lasst euch überraschen, was da noch kommen wird. Diesen Hut kann ich jetzt endlich abnehmen. Oh, der ist eh fast kaputt gegangen. Huiuiui. Wäre der kaputt gegangen, dann hätten wir ein richtiges Problem gehabt. Aber gut, dass er es ausgehalten hat. Wie immer bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Falls es dir gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. Und falls es dir wirklich, wirklich richtig gut gefallen hat, dann kannst du gerne deinen Freunden davon erzählen. Denn je mehr Leute hier zuschauen, desto mehr Spaß macht das Ganze auch. Euch allen noch einen schönen restlichen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns, wenn es wieder heißt, BetterCraft.